Und die einzige, die bei Jack immer ist, ist Angel. Siehste? Ach, laber nicht. Das ist Angel. Sie ist Angel. Sie ist Angel. Ja. Ja, siehste? Siehste? Ein Angel. Sweet. Oh. 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 Du bist so behindert. Deiner Tochter? Ja. Ehrlich? Oder um? Ja. Ja. Und jetzt die andere. Hä? Wie viel Schaden brauchen die denn? Nein. Versuche dich der Torpreis. Warte. Ja, deswegen ging das nicht. Nö. Wir werden Gegner kriegen. Oh. Da kommen sie schon. Engelhafter Wächter, Alter. Ja, Alter. Boah. Ist klar. Jo. Ehrlich? Du bist so ein Drecksack, ne? Ich hab ihn auch nicht mal gekriegt, du Vogel. Ich hätte ihn eben noch erwischt. Aber naja. Ich hab... Guck mal, ich... Dankeschön. Wenn du mal auf den losgehen musst, auf den ich... Hä? Den ersten hab ich ja auch noch nicht mal gekriegt. Ja, eben. Auf den zweiten. Ja. Ach, der hat nen scheiß Schild. Das Schild ist nervig. Hau doch einfach mal ab mit deiner Kack... So, tschüss. War ich nicht. Wer ist sie jetzt? Boah. Na, Schockfeld, genau, Alter. Hallo. Komm schon. Also nur Gunlauter, Alter. Wenn das höher geht, dann ist es ernsthaft kacke. Ja, ist es auch. Kann sind eigentlich der schwächsten. Na, ich weiß. Das ist doch vorbei, dann können sie schon nichts machen. Da reißt die Arme. Ah, da vorne ist noch ein Schockgenerator. Ach, nee. Da stand ich auch gerade. Direkt davor, wo das kam. Wow. WTF? So, der auch weg. Vorsicht, da oben hängen. Schütztürme. Oh, hinter uns. Engelhafter. Der macht Schaden. Ja, von... Natürlich von hinten. Hoppen. Vorabgranaten. Vorabgranaten. Jawoll. Friss. Du müsstest auch so Granaten an, die so eine... Ich sag mal, so eine Implosion haben. Die ziehen sich ja zusammen, so, ne? Hab ich doch. Ja, die musst du auf Gegner werfen. Also nicht direkt... Ich sag mal, so 10 Meter im Umkreis zieht alles an. Sicherlich. Roland, hallo. Roland? Ach, da oben. Ja, da oben. Was ist das? Ja, da oben. Ja. So. geschütze sind da und habe ich den töten hier was du da kalt machen endlich position kommt schon wo land hb es lauter da muss ich jetzt anders würde nicht einmal rein wenn ich nicht schießen kann so ist da und kann doch jetzt naja doch eine wahl ins skopje geschützt aber hier drin hier drin bleiben wie hier drin kommen es gibt da wo ich stehe eingehen ja ja wo mannett ist unten deswegen geschützt aufgestellt das sind die alten fähigkeiten davon damals mit moral kalt konnte blattling holen mit rolling konnte so geschützte die halt solche fähigkeiten hatten mit sirene und mit brick war kommandant also mit berserkern nach am ende fett lauter lieber mir und hier direkt ein geschütz mh nene nach als geschützt auf level 60 komplett und so hattest aber das so episch weg ja noch mach er muss also wieder hoch ja wo ist er eigentlich affe der ich weiß nicht warum er da hoch geht klettert baller ding ab anstatt gleich da im weiter zu klettern das andere auszuschalten aber noch mehr korps schütze aber ich mach die korps schütze als erstes auch dann kann sie mich nicht haben macht du die geschütze dann weg los 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 ok die sind dauernd ne du scheiß kann ich muss jetzt kalt machen sonst weiß mit den sachen die ich drauf gehe ist ein bisschen heavy klasse ja der hat jetzt kann ich mir viel gefehlt haben wollen 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 wie sieht es aus ja welcher jetzt nicht richtig im linken ja lassen wir mal zu zweit direkt alle lalala super ok da kann lauter links gibt es nämlich auch gleich leben dazu hier kommt friss faust was kommt da wenn die granaten davon hat sogar die inklusionsgranaten ja wir müssen auch ja er kommt runter weil es runter fällt deswegen ach so hallo ja wir brauchen aber ihre hilfe würde ich mal so sagen die zieht jetzt alles ab ja und dreck hier rein ich bleib direkt hier drin stehen wir kriegen wir jetzt der teilung deswegen die alte geht richtig ab jetzt ja ich muss nachladen mit granate rein so ich hole noch mal ein paar hotel wamm wamm los hau ihn weg hau ihn weg ja ich nehme alles was ich kriegen kann hier gerade oh vorher kriegt da hinten irgendwas Roland tu mal dein gutes alles alles klar nee Ben ha 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 lilles deswegen haben wir egal ich mach geschützt wieder ja warloader ne aber egal ey den solltest doch eigentlich ja ah ich sehe doch oben deine leistige ist noch mal gut voll wo und der nächste warloader ist klar ja über den komme ich mich gerade hinten ein mache ich einmal ne einen hat ich jetzt getötet und was hast du da hinten schon wieder einer ja und 321 und gib stoff tschüss ja das taugt gib stoff und tschüss wow wo namn bett ist feuer war loader shit grillfleisch ja bed ist loaderfleisch hab laut geschrien Warte, 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 ich hab' gleich, ich hab' gleich, ich hab' gleich, ich hab' gleich. Komm schon. Jetzt, jetzt. Komm schon. Komm schon. Komm schon.